Dure Vasa Asana, die Stellung des heiligen Dure Vasa. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist das Sitzen und dann gibt die Oberschenkel übereinander und gibt dabei einen Fuß an die eine Gesäßhälfte bzw. Hüfte und den anderen Fuß an die andere Gesäßhälfte bzw. Hüfte. Mit anderen Worten, Gomukhasana, die Kuhmaulstellung. Und dann gibt die Fingerspitzen der rechten Hand zu den mittleren Gelenken der linken Hand. Also der linken Finger der linken Hand. Und dann bringe die Hände oberhalb der Geschlechtsorgane mit Handflächen nach oben. Du kannst dabei entweder die Hände in der Luft liegen lassen. Das führt zu einer stärkeren Aktivierung und verhindert das Einschlafen in der Meditation. Oder du könntest auch die Hände etwas absenken, sodass die Hände getragen werden durch den Oberschenkel. Diese Dure Vasa Asana Stellung ist eine Stellung, die du für die Meditation verwenden kannst, die du nutzen kannst, um das Prana nach oben zu bringen. Durch die Stellung der Oberschenkel werden die Hüftkreuzbeingelenke gedehnt. Was gut ist gegen Hüftkreuzbeinblockaden, Iliosakralgelenksblockaden. Auch hilft es, Svadishtana Chakra hinten zu öffnen. Durch die Stellung der Oberschenkel wird auch die Energie der Geschlechtsorgane nach hinten geschoben oder nach hinten geöffnet, sodass die Energie eben in die Sushumna hineingehen kann und die ganze Energie nach oben fließen kann. Dure Vasa war übrigens einer der Rishis, einer der großen mythischen Weisen. Manchmal gilt er auch als Inkarnation von Shiva. Dure Vasa Asana gehört auch zu den Hüftöffnern und ist eine Vorbereitung für die Lotusflexibilität wie auch für Yoga-Nitrasana. Mehr Informationen zu diesem und allen Asanas findest du auf www.yoga-vidya.de. Dort gibt es ein Asana-Lexikon und du findest viele Asanas auch in der Yoga-Vidya-App. Das ist ein Asanas.